Weißt du was? Da gibt's eine Apotheke in nur zwei Häuser weiter. Da verkaufen die jetzt Hörgeräte. Du solltest dir eins besorgen. Hat dir keiner Respekt vor älteren Menschen beigebracht? Andere Situation? Andere Maßnahmen? Nur nicht immer gleich grob werden. Haben wir uns verstanden? Ich deute das mal als, ja, wir haben verstanden. Hey, meine Kleine, was ist dein Hauptfach? Dieser Kerl wird nie im Gefängnis landen. Er besitzt diplomatische Immunität. Ich bin Geschäftsmann. Ich baue ein Imperium für meine Familie. Gehen wir uns doch diese verdammten Wichser holen. Das sind keine typischen Alten. Glaub mir, die zwei haben's total drauf. Jetzt bin ich dran. Kann mir bitte jemand einen Krankenwagen rufen?